Hallo, ich habe mich für die Küchenrückwand von den Stickerprofis entschieden. Es geht um die Küche hier. Ich habe die Premium Variante genommen, weil man hier eine Raufwasentapete hat und die Premium Variante da besser sein soll. Insgesamt brauche ich hier eine Länge von 3,30 m und deswegen habe ich die 3,40 m Variante genommen. Die liegt schon hier unten bereit. Als ersten Schritt habe ich natürlich den Strom erstmal rausgemacht und dann die Steckdosen entfernt. Und jetzt messen wir mal aus. So, jetzt tun wir die gemessenen Teile hier nochmal anmessen und dann zurechtschneiden. Bowbys stuck, Republicans runtergemst appropriate. Moreana Yi mad ist mein dictionary eine Länge von 2,30 m Elementstipure unveilmäßig und st ukascore sie hat. Das ist eine Länge von 10 Tonnen, 5icki %ach. Lasst mich ankommen, 10 zu 10 Tonnen und bindert oben in verschiedenen Eindrucken hier? So, jetzt noch das Maß nehmen für die Steckdosen bzw. die Sachen, die rausgeschnitten werden. So, nachdem ich die Steckdosenmaße genommen habe, tue ich mir das jetzt in die Steckdosenmaße an der Rückwand anzeichnen und dann ausschneiden. So, die erste Wand habe ich jetzt schon mal ran gemacht und jetzt kommt die zweite. So, jetzt sind die Steckdosen dran und ich muss sagen, es war eigentlich eine ganz einfache Montage. Ja, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das läuft offen. Das steht bei Steckdosenmaße. Ich probiere dich jetzt mal wieder precis zuushi enfrentigen. Vielen Dank.